und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr wieder reinschaltet hier zu einem neuen tutorial hier aus unserem lotus map editor immer wieder erreicht mich die frage bio zeigt doch mal bitte wie das mit dem brückentool funktioniert welches natürlich vor vergangenen version schon mal hier neu dazugekommen ist hier in den lotus simulator um natürlich das ganze dementsprechend mal zu demonstrieren bauen wir uns hier heute ein kleines szenario mal zusammen und zeigt euch in dem entsprechend wie das ganze halt funktioniert das ganze ist jetzt nicht aus dem lexikon entnommen ich habe da mal kurz mal so rüber gelesen und muss sagen ich bin da mal wieder zum nullpunkt gekommen weswegen ich mich daran gesetzt habe immer selbst mal ein bisschen rumgetüftelt habe und meins was ich bis jetzt aktuell herausgefunden habe funktioniert tatsächlich so vielleicht ist es richtig ich weiß es nicht aber das ist auf jeden fall so mein style hier den ich euch jetzt hier praktisch zeige und hoffe natürlich dass ich dem einen oder anderen dementsprechend damit helfen kann und ich weiß ja lebendig ich weiß dein licht tutorial allerdings weiß ich absolut nicht was ich da zeigen soll wie das ganze dementsprechend funktioniert und auch ja auch das mit den weichen steuerungen werde ich mir auch noch mal anschauen und wird dann gegebenenfalls dazu noch ein video machen ich muss man halt immer erst durchlesen was halt wie sagt in dem lotus lexikon drin steht manchmal sind diese einträge schon relativ hilfreich so dass ich dazu kein video machen braucht weil es halt einfach selbst erklärend ist von daher fand ich das jetzt aber mit dem brücken schon sehr interessant weil das vielleicht zukünftig ja auf unseren karten oder sowas eventuell auch im brücken von nöten ist gut das wichtigste kann ich jetzt schon mal so an der stelle sagen sind natürlich oder ist natürlich das passierungselement ich weiß der ein oder andere kann das nicht hören aber das ist das a und o hier in dem brücken tool welches ihr benötigt hat weswegen ich wie gesagt ein kleines szenario man hier zusammen gebaut habe und zwar soll hier wie gesagt irgendwann mal später meine u-bahn lang fahren oder sowas und oben sollen halt praktisch die brücke sein mit dazwischen kann man ja noch ein bisschen erde lassen oder sowas oder luft lassen weiß ich nicht das ist jetzt halt einfach nur so ich dachte mir so kommen dann nimmst du das jetzt hier schnell mal und dann schauen wir uns das ganze dementsprechend mal an als erstes brauchen wir berge ohne berge funktioniert natürlich brauchen wir keine brücke von daher erzeugen wir uns jetzt dementsprechend wirtschaft ihr seht hier oben haben wir wie gesagt hier die ebene und die z-achse die z-achse setze ich jetzt hier mal auf acht meter weil mein meine brücke die ich gebaut habe die ist etwa so acht meter hoch weswegen ich jetzt hier die höhe auf acht meter anhebe das heißt also ihr schreibt jetzt normalerweise steht hier eine null drinnen ja ihr schreibt hier oben eine acht rein oder die zahl die gerade benötigt halten und drückt hier oben auf neues rassierungselement jetzt sage ich pass auf bis hierhin sollen die acht meter oder wie ich kann das auch passieren machen bisschen gehen die acht meter so jetzt gehen wir wieder runter auf null und sagen jetzt hier pass auf von so bis so gehst du jetzt hier runter gehst hier rüber und dann gehst du wieder hoch auf acht meter so also schauen wir jetzt hier um die acht wieder rein und sagen jetzt hier pass auf so gehst du jetzt wieder hoch bitte normalerweise arbeitet sich besser wenn man im 2d modus ist das ist ein bisschen übersichtlicher so denn sagen wir bis hierhin und dann gehst du jetzt hier wieder weiter so lasst den computer jetzt rechnen der rechnet jetzt eine ganze weile oder was heißt eine ganze weile es geht schon gut schnell vonstatten und ihr seht wir haben jetzt hier praktisch so einen kleinen schacht gebaut also da ist ja so einen kleinen schacht haben wir jetzt hier gebastelt wie gesagt hier oben drüber soll die straßenbahn rüber fahren und je breit ihr natürlich das rassierungselement setzt desto breiter wird das ganze halt dann auch ja ich habe das jetzt so wie gesagt die weiß ich gar nicht was ist 50 oder sowas standard halt also drin gelassen wir seht wie wir sind hier ein bisschen nah rangekommen weswegen das hier ist schon wieder so ein bisschen durch glitscht hier das ist jetzt weil der berg müssen den berg jetzt ein bisschen zurücksetzen ist jetzt für unsere zwecke heute mal egal das ist halt keine schöne arbeit hier werde ich jetzt meine brücke nehmen szenarie objekte brücke und wer das ganze hier dementsprechend falsch achtet immer drauf dass ihr dann wieder hier wieder auf null seid und setzt sich hier die brücke hin am besten wie gesagt auch hier wieder das ganze im 2d modus damit er wirklich die volle draufsicht habt und das ganze wollen wir jetzt hier so ein bisschen hinsetzen damit das ganze halt auch ein bisschen stimmt jetzt kann er vielleicht noch ein bisschen in die mitte so und wenn wir uns das jetzt anschauen haben wir jetzt hier und so eine künstliche kleine brücke geschaffen wir können das ganze aber auch noch in der höhe anpassen das funktioniert ja auch noch wenn wir jetzt zum beispiel die das objekt jetzt auswählen können wir das ganze eigentlich oh gottes will das funktioniert super gerade habe ich nämlich alles hier wieder kaputt gemacht jetzt war es noch mal neu hier hin und dann haben wir es wieder können natürlich die höhe der brücke auch mal so ein bisschen anpassen und alles sowas damit das ganze passt und sitzt so jetzt wollen wir aber natürlich dass hier oben ja zukünftig auch mal was rüber fährt also sei es eine straßenbahn oder was weiß ich was ihr da plant halt allgemein dass da irgendwas drüber fährt so wir sehen jetzt auch dass das tossierungselement jetzt aktuell ja jetzt nach unten geht weil wir es ja so eingestellt haben wir hätten jetzt auch was ich jetzt mit zwei oder mit acht meter jetzt hier durchziehen können hätten wir das gemacht wer der berg komplett gewesen also wir wollten ja dass wir so eine nische praktisch hier erzeugen jetzt wollen wir natürlich rüber jetzt ist es wichtig dass ihr die ebenen wechselt das ist jetzt so das was ich nämlich in dem lexikon nicht ganz verstanden habe dass wir jetzt zu verschiedenen ebenen brauchen und da hat auch jede ebene eine eigene farbe und das ist auf jeden fall sehr interessant auf jeden fall brauchen wir hier in meinem fall die ebene zwei wenn wir das ganze jetzt so machen ich jetzt das trassierungselement jetzt wieder hingehe und sagen jetzt hier was auf ebene zwei möchte ich gerne wir stöpseln das hier an und ich möchte das gerne hier rüber haben seht ihr dass jetzt eine weitere ein weiteres dazu gekommen ist ein trassierungselement ist rot aber es bleibt um es geht nicht nach unten jetzt haben wir halt diesen vorteil dass wir jetzt hier ohne wenn und aber einfach jetzt sagen können wir pass auf gibt mir jetzt die gleise und können jetzt hier praktisch einfach übersetzen so gehe ich einfach rüber so und sitzt jetzt hierhin zack und auf der anderen seite machen wir es genauso na ja das ist ja blöd auf der seite machen wir es hier nochmal auch hier jetzt natürlich wieder das 2d modus hier wieder wär besser gewesen so und ihr seht halt auch die gleise bleiben drüber da passiert jetzt nichts mehr jetzt haben wir natürlich das problem dass hier so ein bisschen dass hier alles nicht so geil aussieht ihr seht hier weil das ganze hier so ein bisschen in den berg so verschwimmt kann ich euch hier vielleicht da noch einen kleinen tipp geben ihr seht ja auch die höhe macht das ganze hier auf 8 1 vorne und hinten wenn ihr das ganze jetzt dementsprechend macht ist das gleis dementsprechend halt auch ein bisschen weiter in der luft aber sie sind halt klar deutlich zu sehen denn da sinkt dann halt nichts mehr ein das macht ihr daher mit dem polygon halt auch noch und alles was und schick ist jetzt immer uns unser 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 unsere brücke hier wieder setzen das ganze jetzt dementsprechend jetzt richtig in szene so wie wir das natürlich haben wollen so hier ist das hammer so dass also muss das vielleicht so müssen so sitzen das passt schon mal allerdings ist die brücke jetzt hier wieder deutlich zu hoch das heißt wir müssen das ganze immer noch ein bisschen schick machen und ihr seht das funktioniert viele zum beispiel bauen natürlich die brücke manuell da kannst du dann unten durch gucken dadurch dass wir jetzt hier aber ein eigenes brücken objekt haben kannst du von unten halt nicht nach oben gucken also und wir haben hier oben zum beispiel ganz normal unsere brücke wo wir jetzt rüberfahren können jetzt nehmen wir hier zum beispiel noch unser polygon sagen jetzt zum beispiel okay das ist ja eine straße da muss ein bisschen asphalt hin also ihr müsst also ich baute zeit ziemlich viel gerne im 2d modus das ganze jetzt dementsprechend jetzt hier noch ein bisschen anpassen so 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 und so ihr seht ne die das das element hätte deutlich breiter sein können für unsere testzwecken und dann wäre das auch ganze schon ziemlich gut gewesen so und das war's das ist eigentlich für mich jetzt also hier haben zum beispiel auch noch das problem hier könnte man zum beispiel auch noch sagen macht das ganze auch noch mal auf 0,1 ja bitte und hier vielleicht dann auch noch mal auf 0,1 setzen ja so dementsprechend schimmert dann ja auch nichts mehr durch der berg oder sowas und ihr habt eine wirklich saubere arbeit hier praktisch dann wieder abgeliefert ihr seht alles alles wunderbar so und jetzt wollen wir hier natürlich wieder runter das heißt wir gehen jetzt wieder ins trassierungselement sagen jetzt wir wollen jetzt wieder auf ebene 1 also auf ebene 0 schuldigung und sagen jetzt hier so pass auf was hier so angeklickt und dann geht es einfach nur noch nach unten so trassierungselement setzen das ganze jetzt hier runter und dann können wir hier weiterfahren ist jetzt natürlich ein bisschen sehr schnell für eine straßenbahn aber ihr wisst was ich da was ich demonstrieren möchte hier dann hätte es natürlich jetzt ein bisschen länger machen können das werden wir auch mal machen das kann ich so das kann ich so nicht stehen lassen das das geht gar nicht von daher machen wir das ganze noch ein bisschen länger und sagen jetzt stopp wichtig ist auch dass ihr das wirklich trefft hier sagen wir jetzt hier so geht es jetzt runter und dann geht es ab hier unten ganz normal weiter und jetzt sollte die steigung eventuell nicht ganz so heftig sein wir sollten damit auch straßenbahnen hochkommen und die autos oder pkw ist natürlich auch und ihr seht wenn ihr das ganze jetzt berechnet hat haben wir jetzt hier wirklich wieder eine astreiner arbeit das ganze wenn wir jetzt mit den gleisen dementsprechend halt jetzt auch wieder machen dass wir jetzt hier praktisch ihr seht also es ist wirklich wichtig dass ihr viel im 2d modus hier gearbeitet weil sonst kann euch das zeigt euch das ganz ganz komische sachen an so und das ganze hier dementsprechend auch noch mal so hin und wundervoll das ganze werden wir jetzt hier noch mit einem neuen polygon jetzt hier nochmal ein bisschen ausbessern dementsprechend machen wir jetzt hier nochmal unseren schnitt und dann geht es hier hinten nochmal hin hier hin hier nochmal unseren schnitt und dann geht es hier hoch wieder fertig ist die ganze schose und das sollte jetzt eigentlich wenn man gleich vielleicht noch ein bisschen ausbessern müssen na das sieht doch gut aus das sieht doch aus wie eine richtig schöne auffahrt hier über unser über unsere brücke rüber mit dem passierungselement und ja jetzt ist natürlich so dass wir hier unten ja dementsprechend auch noch fahren könnten also könnt auch hier unten natürlich das trassierungselement noch sitzen als nullstellung praktisch wichtig ist halt bloß dass ihr denn auf die 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 abschnitte kommt hier das das ganze weil sonst zieht sich das ganze hoch ja wenn ihr jetzt hier zum beispiel das trassierungselement jetzt erstmal hier hin legt und dann hier die berge erzeugt dann wird das ganze dementsprechend hochgezogen das sieht dann ganz komisch aus deswegen also das war hier so die lösung die ich jetzt aktuell gefunden habe wie das ganze dementsprechend funktioniert und tja mehr gibt es an dieser stelle einfach nicht zu sagen wie man es hätte noch besser machen können wir können jetzt zum beispiel beim trassierungselement jetzt hier noch mal sagen so pass auf jetzt weiß ich aber nicht ob das funktioniert das ist halt wir können jetzt viel kaputt machen wieder naja weil wir kommen hier nämlich ein bisschen durch der zieht er uns das der wird uns das da jetzt gleich hochziehen naja und das sieht dann halt wieder ein bisschen im nähe aus deswegen also meine erfahrung war gewesen bei dem unteren gleis hat gar kein trassierungselement zu legen sondern nur bei dem oberen ihr scheint das jetzt gelassen zu haben zaubert hier hinten noch ein paar fehler mit rein das ist das einzige was mir jetzt so aufgefallen ist aber so geht das so habt ihr nämlich hier unten euer trassierungselement auch also wichtig ist die anordnung so ein bisschen mit dem trassierungselement wie das ganze dementsprechend so ein bisschen anpasst oder sowas aber mehr ist das halt glaube ich nicht also wir können uns jetzt hier zum beispiel als oben unsere straßen waren mal hin sporen wenn ihr das noch sehen wollt zufällig sollte das hoffentlich hier ohne probleme funktionieren von daher werde ich das ganze mal auswählen wenn wir mal kurz mal in den editor wechseln und dann oder warte mal wir machen es anders wir fahren von unten nach oben damit wir einen kleinen highlight haben sagen jetzt hier zum beispiel entry point sagen wir test und dann ist all ready access okay dann noch mal test 2 ja stimmt ja 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 ich verstehe test 2 so das mit dir nicht in ordnung jetzt jetzt machst du stress hier eigenschaften dann schreibe ich jetzt hier einfach brücke rein so brücke so witzig ist dass er uns im 2d modus hier fehler anzeigt hier sind wir das ganze aber wenn wir das jetzt hier so sehen sind hier keine fehler deswegen vielleicht jetzt mal ganz interessant zu schauen wie es jetzt aussieht ja 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 so schauen wir mal und dann wechseln wir mal in den spielmodus und schauen wir nach ob das gefruchtet hat was wir hier gebaut haben weil wenn das funktioniert jetzt dann sollte eigentlich alles soweit klar sein und ihr habt jetzt wirklich gesehen also wenn das jetzt wirklich so der richtige weg war ist es wirklich nicht schwer ich weiß aber nicht warum uns immer komplizierter schreiben muss als im nachhinein ist schreibt doch einfach legt das so legt das so fertig ich glaube das wäre viel einfacher so jetzt werden wir das ganze mal umwechseln hier lotus simulator und ich habe gesehen dass ich die ganze zeit hier unten mein toll das sieht natürlich sehr professionell aus so gehen wir jetzt hier auf perfekt sagen jetzt hier brücke und spawnet sich einfach mal unsere straßenbahn und denn ja soll das erst mal für das tutorial das gewesen sein wie baut ihr eine brücke wie gesagt ich werde mir das mit der meisten steuerung noch anschauen ich werde mir auch noch mal das mit den lichtquellen anschauen selbst habe ich auch noch nicht so hundertprozentig raus wie es mit der lichtquelle funktioniert ich habe zwar eine also nein wir müssen weiterhin auf der brücke fahrzeug umkehren bitte denn wir stehen hier falsch rum und wir sehen wir können jetzt hier losfahren ich weiß nicht ob sie da hochkommt und nein sie kommt doch nicht ernsthaft nein die kommt doch nicht hoch das war doch ein bisschen zu steil aber ihr seht jetzt auf jeden fall was ich hier zeigen will die brücke wird halt richtig dargestellt halt ja also wir können und nicht durch gucken ja oben liegen die gleise halt auch alle richtig wir könnten hier noch ein bisschen den abschluss hier finden weil wir können hier noch so ein bisschen durchgucken liegt der asphalt ein bisschen zu hoch sprich ich müsste die brücke noch ein bisschen anheben sehen wir auch hier die gleise die hier sind die die diesen zu hoch aber das sind ja bei brücken das ist ja immer so ein spezieller fall das nervt mich jetzt dass ich jetzt hier nicht hochkomme wirklich ich kann halt nicht so weit raus fahren das ist das problem also ihr seht ne also ihr solltet auf jeden fall eine größere auslaufzone haben ach jetzt steht auch noch die andere straßenbahn dahinter aber ich dachte dass sie ja mal so ein bisschen power hatte damit sie sich wenigstens hoch schleppt oder so aber wahrscheinlich ist der anstieg einfach zu hoch ja nun gut hat nicht sein sollen dass ich euch das hier zeige wie das ganze hier funktioniert auf jeden fall hoffe ich das video hat euch hier soweit geholfen sollten hier fehler drin sein in dem video schreibt es mir in die kommentare würde mich interessieren vielleicht kann man es denn dementsprechend noch ein bisschen ausbessern aber so wie gesagt schaut es doch ganz gut aus dass wir hier so eine kleine brücke hier gezaubert haben und von daher bedanke ich mich natürlich für eure aufmerksamkeit hoffe wie gesagt ihr könnt das ganze nutzen jetzt so was wir gemacht haben und von daher bedanke ich mich und freue mich natürlich wenn wir uns zu einem neuen video hier auf diesem kanal wieder sehen damit verabschiede ich mich sage gedanke fürs zuschauen tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten mal tschüss